Ja, ich habe mir jetzt folgendes überlegt, damit mein Channel wieder ein bisschen, ja, vielleicht interessanter wird, eher abwechslungsreicher, da ich jetzt momentan, wenn dann überhaupt, nur über das Abendgymnasium was zu sagen habe, dass ich eben hier ein, ja, wie ein Let's Play anfange mit Minecraft. Soweit ich gehört und gelesen habe, ist es erlaubt, Minecraft hochzuladen. Ich hoffe, das stimmt auch noch. Falls ihr was anderes wisst, irgendwelche Änderungen, dann schreibt mir das doch bitte. Dann kann ich das Projekt nicht weitermachen und zwar würde ich gerne irgendwie so, ja, ein kleines Tokyo bauen oder Tempel, was auch immer. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert und so und ich dachte, dass wir das vielleicht, ja, gemeinsam machen und nebenzu vielleicht ein bisschen über Themen von Japan sprechen oder ich erzähle einfach ein bisschen mehr über ein Buch, was ich gelesen habe zu dem Thema, ähm, oder allgemein Manga, die ich halt jetzt gerade lese oder animes, die ich vielleicht gucke, je nachdem. Und da wollte ich doch einfach dann mal wissen, ähm, wäre das was für euch, ja oder nein? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ähm, ich denke, ich werde so zwei, drei Wochen machen und dann sieht man sich vielleicht doch vorher schon mal, äh, wieder mit einem Art, ja, Testvideo, wie ich mich denn so mache in Minecraft. Und, ja, wie ich es ja, wie ihr da Lust habt oder andere, die Let's Plays gucken, ob das auch was für sie ist, mal so irgendwie was anderes. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob jemand sowas in der Richtung schon gemacht hat, irgendwas japanisch-asiatisches erbaut und wenn ja, dann bestimmt irgendwie sowas ganz Tolles, was ich natürlich nicht... Ja, sehen wir dann. Tschüss!